hallo meine freunde und willkommen zurück zu pokémon online trading card game diesmal müssen wir gegen den guten alten mic antreten und hoffen wir doch mal dass ihr von uns eine klatsche bekommt oh shit also das blatt sieht schon mal so gar nicht gut aus was haben wir denn hier im grimmarkt ein kurzer snack mark und ein flimd auf dem feld ja cool so gefällt es mir mal zweimal zappt aus am start die wir auch direkt hier auf feld packen und geben wir einen schon mal eine donnerner und hätten wir eigentlich angreifen ich glaube nicht leider können wir immer noch nicht angreifen an fiktini auch geile karte auch ein legendäres pokémon soweit ich weiß magma auch eins meiner lieblings pokémon damals gewesen ja ja die gute alte zeit wir können voltoball auch direkt entwickeln ja 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 ich ja ich vergesse mal dass wir gar nicht angreifen können Ok, wenn das so ist. Da muss Schaden anstecken, Habitat, ja. Hallo Fiktini, du bist als nächstes an der Reihe. So. 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 und wir haben wieder gewonnen sehr gut nice meine freunde ich würde sagen in der nächsten folge kämpfen wir gegen calvin geht auf keine hobby ist der geilen zule auf meinen anderen youtube kanal markus des leih ich bedanke mich fürs anschauen bis zum nächsten mal adevideci und peace ok ciao